Herzlich Willkommen Leute zu diesem kurzen Video. Ich habe eigentlich nur eine Frage, weil ich mit diesem Spiel hier so ein bisschen Probleme habe. Nämlich weiß ich nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall habe ich überall solche komischen Querlinien und das Meer wird weiterhin immer mehr lila und alles ist irgendwie voll voller Linien, auch wenn ich was in der Hand halte oder sowas. In der Fackel zum Beispiel sind da überall solche komischen verzerrten Linien drüber. Also das sieht man hier sehr gut bei dem Wasser oder wenn ich im Menü bin, hier um diese Schrift drüber, ist so ein leichter Kasten, den man sieht und das sollte eigentlich nicht sein. Also falls ich Ideen habe, woran das liegt oder so, dann sagt mir das bitte. Oder irgendwelche Vorschläge. Also ich habe Minecraft schon neu runtergeladen, neu gepatcht und es ist die offizielle Version von Minecraft. Und ich habe Java neu heruntergeladen und installiert. Also daran kann es eigentlich nicht liegen, denn Textrapack habe ich auch nicht drin. Ich habe auch ganz irgendwie im Textrapack-Folder und ich habe auch nicht irgendwie mit einem Minecraft-Patcher gepatcht. Das ist das originale Minecraft, das jeder auch hat. Aber ich frage mich, warum das bei mir so ist. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, ja, Skype ist hier irgendwo im Nerven, dann sagt mir das bitte. Und ja, sonst... Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.